Es ist einfach ein Spiel, was so ungefähr wie ein bisschen Scotland Yard und Räuber und Sondamen gemischt halt ist. Und Ziel ist einfach halt Mr. X zu fangen. Man hat einfach sechs Minuten Vorlaufzeit, rennt los und vier Ranner warten einfach. Und Mr. X ist einfach so cool und versucht zu beweisen, dass er halt unfassbar ist. Und man kann das halt in der ganzen Stadt spielen, egal wo, Stadtpark, im Dunkeln, im Wald. Es ist überall geeignet, solange man halt ein GPS-Empfang hat. Und zwar, so sieht das Handy-Display aus. Das sind halt die Runner, die versuchen, Mr. X zu zenteln. Und das ist halt, dass nach allen sechs Minuten wird halt dieses X eingeblendet. Und da müssen wir natürlich versuchen, so gut wie möglich einzufangen. Und hier sieht man halt den Radius. Der Radius ist ein Kilometer, damit man hier auch die Distanz halt sieht, wo er sich ungefähr befindet. Okay, er war jetzt hier 200 Meter von mir entfernt. Er hat jetzt die Möglichkeit, nach rechts oder nach links oder nach oben nach unten auszuweisen. Und hat natürlich die Möglichkeit, Bus oder Bahn zu nehmen und halt auch ein bisschen Action halt noch mit reinzubringen. Ah Mist! Schnell, ruf die anderen an! Ja, der hat die Fähre genommen. Nehmt ihr mal die Brücken. Unser Ziel ist einfach, die Leute mal raus von der Couch zu kriegen, dass man sich halt aktiv sieht, dass man seine Umwelt bewusst wahrnimmt und viel Spaß natürlich am Spiel hat und natürlich auch Strategien entwickelt, Mr. X halt einfach zu fangen. Let's go! Go on earth! Go on earth! Go on earth! Untertitelung des ZDF für funk, 2017